In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass sie sich hier um ein Verbrechen haben. Mein Job ist ein Grenzgänger zu sein, der auch durchaus auch immer wieder mit seinem Leben spielt. Mein Job ist ein Grenzgänger zu sein, der auch durchaus auch immer wieder mit seinem Leben spielt. Gini, komm, komm, steh auf, bitte. Du bist ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du bist ein Schuh. Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? D Da? 1. D Da? Sie kommen nicht zurück, sie werden sich nicht finden Niemand wird sich finden, du bist von mir Niemand wird sich finden, du bist von mir Niemand wird sich finden, du bist von mir Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt Es ist kalt, wir müssen weg hier kommen Dein Lippenstift ist vermischt, du hast ihn gekauft und unsicher ist gesehen Zu viel mit Rot auf deinen Lippen, du hast gesagt Mach mich nicht ab, aber du warst durchschaut Augen sagen mir aus Worte, du brauchst mich dran Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute Jetzt höre ich sie Sie kommen, sie kommen nicht zu ruhig Sie werden dich nicht finden Niemand wird sich finden, du bist von mir Sie kommen nicht zu ruhig, sie werden dich nicht finden Niemand wird sich finden, du bist von mir Ruhig, sie kommen nicht zu ruhig, sie werden dich dann Es ist ja auch nicht so, dass die Frauen, die ich bisher hatte, die Menschen, die ich bisher hatte, die falschen waren. Ich war wahrscheinlich der falsche Mann für sie. Die Sterne schreiben meinen Namen in das Firmament. Damit der hell in euren Augen brennt. Ich war nicht so, dass die Frauen, die Menschen, die ich bisher hatte, die Frauen, die ich bisher hatte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020